Leute, ich bekomme von euch extrem oft die Frage, Andreas, soll ich mir für mein Balkonkraftwerk schon mal einen 800 Watt Wechselrichter kaufen? Oder noch warten, bis die 800 Watt endlich durch sind? Und es gab zusätzlich auch noch in der letzten Zeit einige Beiträge, in denen die Sicherheit von 800 Watt Anlagen in Zweifel gezogen wurde. Deswegen heute dieses Video hier, in dem ich euch eine Einordnung gebe, worum es bei der sogenannten 800 Watt-Befahr eigentlich geht und wann die 800 Watt bzw. die ganzen Vereinfachungen, die da jetzt gesetzlich so vorgenommen werden, eigentlich kommen und wie sicher das Ganze überhaupt ist. Denn auch wenn ich mir das noch so sehr wünsche, weil ich meine, wir haben uns unglaublich angestrengt, auch durch unsere Petition und so weiter, der ganze Scheißkampf um die Vereinfachung ist halt einfach immer noch nicht durch. Okay, also los geht's. Ja, die erste Frage ist ganz einfach, kommen die 800 Watt, also wie sicher ist das überhaupt, dass das kommt, was muss noch getan werden, wo gibt es irgendwie noch Hürden? Und die Antwort ist vielleicht echt überraschend, aber nein, es ist alles andere als sicher, dass wir die 800 Watt wirklich nutzen dürfen. Es müssen momentan genau zwei Dinge passieren, damit die 800 Watt für Balkonkraftwerke kommt. Das erste ist, das PV-Paket 1, das ist ein Gesetzesentwurf, der ist jetzt durch das Kabinett gegangen. Das heißt, das ist noch nicht durch, das heißt, dass dem jetzt noch drei Lesungen im Parlament bevorstehen, wo noch diskutiert werden kann. Und erst danach ist das Gesetz durch. Und vermutlich wird das Anfang 2024 dann passieren. Das zweite, und das ist vielleicht viel wichtiger, das sind die Änderungen der Normen. Ja, so technische Sachen, also so wie auch diese 800 Watt, die werden maßgeblich durch die Anwendungsregeln beziehungsweise durch die Normen festgelegt. Zum Beispiel in der VDE ARN 4105. Hier müssen die 800 Watt einfach noch rein. Und da stehen halt ganz viele technische Regeln drin, damit es keinen Stress gibt mit unserem öffentlichen Netz. Und die Netzbetreiber, die halten sich alle da dran. Das heißt irgendwie, das nennt sich dann Anwendungsregeln. Und dieser Schritt ist noch nicht durch. Die Normungsgremien müssen hier noch zustimmen und die Normen ändern. Und die sind zwar dran, aber wie gesagt, das ist alles noch nicht durch. Ja, so einmal die Gesetzesänderung. Also die werden von Politikern und Juristen geregelt. Und hier wird jetzt definiert, was ist eigentlich ein Stecker-Solargerät im rechtlichen Sinne. Und dann das zweite sind dann quasi die Normen. Und hier werden jetzt elektrotechnische Dinge und Details festgelegt. Ja, und von denen in meinen Augen normalen Leuten, also von Elektrotechnikern und so weiter. Jetzt die ganz wichtige Frage. Sind 800 Watt eigentlich irgendwie gefährlicher als die 600 Watt, die bisher galten? Denn in letzter Zeit gab es einige Beiträge bezüglich der Sicherheit von 800 Watt Balkonsolaranlagen. Unter anderem auch von Holger Laudelei. Und wenn das von ihm kommt, dann sollte man das auf jeden Fall mal ernst nehmen und sich anhören. Also was ist da dran und muss man sich jetzt wirklich Sorgen machen? Und ich biete euch jetzt mal ganz kurz so einen tieferen wissenschaftlichen Blick auf die Sache, damit ihr euch wirklich ein echtes Bild darüber machen könnt. Auch wirklich in Zahlen und so weiter. Damit ihr wisst, worüber wir hier eigentlich sprechen. Denn es ist vielleicht anders, als ihr denkt. Okay, ich zeige euch hier jetzt mal eine Berechnung vom Photovoltaik-Institut. Und dabei ging es darum, zu bestimmen, inwiefern 600 Watt Balkonkraftwerke eigentlich gefährlich sein können. Und einen Teil davon kann man auch auf 800 Watt übertragen, ohne die ganze Rechnung jetzt neu machen zu müssen. Wie gesagt, es ist nur ein Teil, aber ich denke, es hilft euch trotzdem, die Sache richtig einzuordnen. Dort wurde jetzt zum Beispiel berechnet, bei welchem Strom welche Temperatur der Leitungen, die bei euch in der Wand liegen, maximal erreicht werden können. Und das bei verschiedenen Verlegearten. Also zum Beispiel, wenn so ein Kabel irgendwie bei ganz dicker, fetter Wärmedämmung da irgendwie drin liegt. Oder wenn es offen an der Luft ist und so weiter. Von welchem Strom reden wir hier eigentlich? Wenn man sich das jetzt eigentlich mal anschaut, dann sind 800 Watt bei 230 Volt ja eigentlich nur 3,47 Ampere. Und normalerweise sind die Leitungen ja auf 16 Ampere ausgelegt. Das heißt, das ist eigentlich relativ wenig. Also wo ist das Problem? Das Problem hierbei ist, dass was die Balkonsolar einspeist, das zieht ihr dann ja weniger aus dem öffentlichen Netz. Also das ist ja genau das, was wir wollen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, der Strom am Leitungsschutzschalter, also quasi da die Grenze von eurem Hausnetz zum öffentlichen Netz. Dort wird ja quasi der Strom um 3,47 Ampere reduziert. Also ihr müsst dann diese 3,47 weniger aus dem Netz beziehen. Und der Leitungsschutzschalter löst dann aber nicht aus, wenn es einen sehr starken Verbraucher geben würde, weil ich ja diese 3,47 abziehe. Das ist halt scheiße. Kann trotzdem auf einen hohen Strom kommen am Verbraucher, also in der Nähe des Verbrauchers. Und der Leitungsschutzschalter, der merkt das gar nicht, weil der ja 3,47 Ampere weniger sieht. Das ist das Problem halt. Also da haben wir natürlich so ein kleines Problemchen. Und die meisten Leitungsschutzschalter, die sind jetzt auf 16 Ampere ausgelegt. Also das, was die meisten Leute da eigentlich in ihrem Sicherungskasten drin haben. Und was jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, die lösen gar nicht bei 16 Ampere aus. Das ist so ein bisschen komisch. Die Standardleitungsschutzschalter lösen eigentlich erst nach einer Stunde aus bei 30 Grad Zimmertemperatur. Und zwar nicht bei 16 Ampere, sondern bei dem 1,13-fachen bis 1,45-fachen. Also bei 18,08 beziehungsweise 23,2 Ampere. Also nicht sofort. Und das ist dann der sogenannte thermische Schutz. Es gibt aber auch noch den Kurzschlussschutz. Das heißt, wenn ich dann wirklich das 2- oder 3-fache des Stroms erreicht habe, dann lösen die sofort aus. Also das ist dann wirklich so eine Art Kurzschlussschutz. Aber ihr seht, diese 16 Ampere, das ist nur irgendwie so ein Wert, den man als Bemessung genommen hat. Was heißt das jetzt eigentlich in Strom? Also wenn wir uns jetzt mal unsere Balkonsolaranlage anschauen. Das heißt, wir hätten jetzt mal drei Fälle. Der erste Fall wären dann quasi die 16 Ampere plus den Balkonsolarstrom. Jetzt je nachdem, ob wir 600 oder 800 Watt haben. Der zweite Fall wäre dann die 16 Ampere mal 1,13, also 18,08 Ampere plus den Balkonsolarstrom. Und der dritte Fall und der krasseste, und das ist eigentlich auch der, der uns jetzt am meisten interessieren wird, das ist der absolute Grenzfall. Das wären dann 16 Ampere mal 1,45, also 23,2 Ampere plus den Balkonsolarstrom. Das wäre so das absolute Maximum, was irgendwie möglich ist. Okay. In dieser Untersuchung von dem Photovoltaik-Institut, also worüber ich jetzt gerade rede, haben die unter anderem diese drei Fälle betrachtet. Und zwar für eine Leitung in der Wand mit starker thermischen Dämmung. Das heißt, die Leitung ist dann auch gedämmt, wird also wärmer. Natürlich auch ohne Verlegung in Dämmung. Das war aber alles gar kein Thema. Also wir sprechen eigentlich nur von einem Problem. Und wir haben nur Probleme, wenn wirklich noch eine starke thermische Dämmung da ist irgendwie. Okay, schauen wir uns jetzt mal das Ganze für 600 Watt an. Schauen wir uns mal nur den dritten Fall an, weil die anderen zwei sind eigentlich unproblematisch. Beim dritten Fall hätten wir dann einen Gesamtstrom von 25,8 Ampere. Okay, das ist schon mal eine ganze Ecke mehr als bei den 16, die man eigentlich so als Bemessungsstrom nimmt. Also fangen wir mal mit den 600 Watt an und dem krassesten Fall. Also Fall 3, wie gesagt, plus super krasser Dämmung in der Wand. Und wir haben jetzt einen Verbraucher an der Leitung, also davon sprechen wir jetzt gerade, der dann 5.336 Watt zieht. Also das ist schon auch eine Hausnummer, muss man auch mal sagen. Also wirklich dann an dieser einen Leitung, an diesem einen Leitungsschutzschalter sind dann irgendwie 5.300 Watt. Das heißt, wir haben irgendwie einen riesigen Verbraucher, der fast 6 kW zieht und gleichzeitig knüppelt die Balkonsolaranlage volles Rohr rein mit 2,6 Ampere. Und die Leitung ist dann noch extrem gut gedämmt. Also das ist der Fall, von dem wir hier sprechen. Genau diese Dinge müssen dafür alle eintreten. Dann wäre dennoch keine kritischen Temperaturen erreicht worden. Also das kam aus der Rechnung raus. Das ist eigentlich alles okay. Trotzdem funktioniert das. Also die Leitungen haben noch genug Reserven. Wie sieht es jetzt bei 800 Watt aus? Machen wir die ganzen Rechnungen mal für 800 Watt. Da ändert sich eigentlich nur dieser Strom aus dem Balkonsolaranlage. Das sind dann halt 3,48 Ampere, also ein bisschen mehr. Dann kommen wir im Fall 3, also dem krassesten Fall, weil die anderen beiden sind immer noch unter dem Maximum von den 600 Watt. Bei Fall 3 kommen wir dann auf 26,68 Ampere. Also hier reden wir jetzt wirklich dann schon auch wieder von sehr großen Strömen. Wir liegen jetzt hier quasi 0,88 Ampere höher als bei der 600 Variante von Fall 3. Also das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr, aber ein bisschen. Also schauen wir uns an, was da passiert. Hier könnten laut der Berechnung Leitertemperaturen von ca. 151 bis 152 Grad auftreten. Und die Grenze von PVC, also der Ummantelung von den Leitungen, liegt bei 150 Grad. Zum Vergleich, bei der 600 Watt Version liegen wir dann bei ca. 148 Grad. Also einfach nur, um ein Gefühl zu bekommen. Und das bei einem Verbraucher von fast 6000 Watt an einer einzigen Leitung. Und die Leitung muss umgeben sein von starker Dämmung in der Wand. Und wir müssen das absolute thermische Maximum des Leitungsschutzschalters erreichen. Und die Maximalleistung der Balkonkraftwerke. Also diese Dinge müssen dann alle gegeben sein. Und man muss jetzt auch dazu sagen, wir reden ja jetzt hier von dem 1,45-fachen des Bemessungsstroms, also der 16 Ampere. Das heißt, wir gehen eigentlich schon an die Grenze von dem Leitungsschutzschalter. Der ist halt der Übergang zwischen diesem thermischen Strom, wenn der auslöst, und dem Kurzschlussstrom, ist fließend. Das heißt, irgendwann geht das über. Und mit den 1,45 sind wir dann auch schon bei dem Kurzschlussbereich. Das heißt, der würde schneller auslösen. Wie schnell, weiß ich jetzt nicht genau. So rechnet man auch nicht. Sondern man sagt, die 1,45 sind halt noch so das Maximum. Und damit rechnen wir halt und schauen, ob das irgendwie ein Problem sein kann. Das ist halt das, wovon wir hier reden. Und man muss jetzt natürlich auch sehen, wie genau ist die Rechnung überhaupt? Also ist das, was wir da an Differenz haben, also diese paar Grad irgendwie plus, also unterhalb oder überhalb dieser 150 Grad, ist das überhaupt noch in der Genauigkeit der Rechnung? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also das sind so Dinge, da muss man halt schauen. Und ich möchte das jetzt auch nicht kleinreden, ja. Denn ja, auch das ist total wichtig und das sollte genauestens untersucht werden. Auch ein Worst-Case-Szenario kann eintreten. Naja, Menschen wie Holger Laudelei werden das vermutlich erwähnen. Weil wenn dann was passiert, ja, dann wird sowas medial natürlich komplett ausgeschlachtet. Und der Schaden für die Sache, also für die ganze Balkonkraftwerksache, die wir jetzt hier angestoßen haben, der wäre natürlich enorm. Und ich denke, dass er da einfach vorsichtig sein möchte. Und das kann ich natürlich auch total verstehen. Also das ist ja auch kein schlechter Gedanke. Trotzdem müssen wir hier einfach sehen, dass wir hier von einer Genauigkeit reden oder von so einer kleinen Differenz, dass es schon schwer wird, das überhaupt noch sinnvoll zu berechnen oder zu bewerten. So, der nächste Punkt, der eigentlich vielleicht am allerwichtigsten ist. Und das ist, glaube ich, was mir sehr wichtig ist, ja. Es kümmern sich bereits die richtigen Leute genau um diese Fragestellung, ja. Das wird genauestens untersucht und zwar von Ingenieuren, die das richtig einsortieren können und auch werden. Deswegen möchte ich hier nochmal dazu aufrufen, ja, ganz, ganz locker bleiben. Wir reden hier von einem Grenzfall, der sich auch an der Grenze der Genauigkeit dieser Berechnung befindet. Natürlich ist das auch nicht der einzige Punkt, der betrachtet werden muss, wenn man sich die Sicherheit anguckt. Aber wie gesagt, lass die Jungs und Mädels des VDE das einfach hier mal machen. Lass sie ihre scheiß Arbeit machen, ohne direkt Panik zu verbreiten. Und die werden da schon eine Antwort drauf finden. Und es ist auch durchaus möglich, dass die sagen, ja, mit den 800 Watt ist uns zu gefährlich. Da haben wir noch irgendwelche Sonderregelungen oder Sachen, wo wir sagen, ja, das sollte man aber schon auch einhalten. Das ist deren Bier. Dafür sind die da. Dafür werden die auch bezahlt. Oder vielleicht machen sie es auch freiwillig. Ich weiß es nicht. Trotzdem, die machen das. Also lass sie ihre Arbeit machen, ohne jetzt schon direkt so eine Panik zu verbreiten. Das wäre mir wichtig. Professor Krauter war ja in der vorgestellten Bewertung der 600 Watt beteiligt. Und ich kenne den ganz gut. Der war ja auch schon viel oft auf meinem Kanal und so weiter. Und ich mag ihn auch sehr gerne. Und er wollte aber nochmal die Leute aktivieren und die Berechnung für diese 800 Watt erfragen. Das heißt, wir machen diese Rechnung, die ihr eben gesehen habt, wahrscheinlich für 800 Watt einfach nochmal. Vielleicht kann ich euch also in ein paar Wochen noch ein paar konkretere Zahlen für diese 800 Watt liefern und euch dann nochmal aufklären. Denn wie gesagt, das war nur ein Punkt von vielen Sicherheitsaspekten in diesem Papier. Also, wenn ihr hier am Ball bleiben wollt, Kanalabo natürlich nicht verpennen, denn da wird die nächsten Wochen noch was kommen. Okay, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch da nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, nochmal ein bisschen aufklären, wo stehen wir eigentlich. Ich will euch da auch gar keinen konkreten Ratschlag geben, aber ich habe euch hoffentlich alles an Wissen mitgeteilt, so dass ihr jetzt selber für euch entscheiden könnt, macht das jetzt mit den 800 Watt Sinn oder warte ich noch ein bisschen oder kaufe ich mir jetzt einfach eine 600 Watt Anlage, was eigentlich auch komplett okay ist. Also wie gesagt, da habt ihr jetzt alles, was ich weiß, habe ich euch mitgeteilt und ich hoffe, das hilft euch halt, wie gesagt. Ansonsten macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.